Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Vincent Binder und ich spiele Ihnen heute meine Lieder vom Menschsein. Dieser Titel lässt ja vermuten, dass es sich um ein sehr musiklastiges Programm handelt, was vielleicht nicht ganz für jeden was ist. Darum habe ich mir heute den ganzen Tag auch schon ein paar Witze überlegt und diese Witze waren furchtbar schlecht. Darum werde ich Ihnen doch einfach nur was vorsingen. Ich singe sehr gern über alles, was mich so beschäftigt. Mich beschäftigt zum Beispiel mein Arbeitgeber. Ja gut, das hätte jetzt ein Sickerwitz sein sollen, der offensichtlich gleich vertrocknet ist. Sie merken es, Witze machen, dazu wäre ich viel am Platz. Aber es gibt sehr viele Menschen, die in ihrem Leben irgendwo viel am Platz sind und darum geht auch gleich das erste Lied. Bist du kurzsichtig mit Zehntiub drin und du arbeitst als Gynäkologe? Hast du Durchfall gekriegt am Bewerbungstermin und musst alle Minuten aufs Klo gehen? Bist du blind und zwar sehr und willst ein Auto lenken? Bist du Krone-Redakteur mit moralischen Bedenken? Dann kenne ich für dich nur den Satz, du bist da viel am Platz. Bist du ein griechischer Politiker mit einer Aversion gegen Schmiergeld? Oder ein intellektueller Kritiker und Moderator in einem Bierzelt? Hast du Grasser oder Elsner und du sitzt in einem Penthouse? Bist du Zahnarzthelfer und dir fallen alle Zehnt aus? Dann kenne ich für dich nur den Satz, du bist da viel am Platz. Manche glauben, alles was sie tun ist gescheit und hat einen Sinn. Sie merken nicht, dass Trotteln sind und keiner weist drauf hin. Sind vom Tischlern alle Finger hin, doch du spielst so gerne Dennis. Bist du in die Porno-Industrie, doch du hast einen zu kurzen Lebenslauf. Bist du ein nicht gut geerdeter und greifst in einen Strom? Bist du ein Selbstmordgefährdeter im Heißluftballon? Dann kenne ich für dich nur den Satz, du bist da viel am Platz. Verstehst du italienisch nicht ein Wort und man schickt dich nach Kalabrien. Bist du ein Frau, die gerne Auto fährt, doch du wohnst in Saudi-Arabien. Bist du ein Sakademischer, doch Träger von Nobelpreisen. Bist du Akademiker in FPÖ-Kreisen. Dann kenne ich für dich nur den Satz, du bist da viel am Platz. In der Düsenschettfabrik, ein Techniker für Propeller. Als Fußballer und eh viel zu dick machst du Werbung für Nutella. Hast du im Casino eine gute Chance, ob eine Kammerie? Kriegst du gerade zur Tour de France eine Dopingallergie? Bist du gegen Drogenhandel und bist bei der Camorra? Bist du gegen Klimawandel und Autorennfahrer? Dann ist das wohl für dich kein Job und du haust besser ab. Bist du Sandalenvertreter in der Antarktis oder verkaufst du kurze Hosen? Bist du im Kanalarbeiter, wo alles angegackt ist und du hast eine Waschneurosen? Hast du einen Wagen an Linkslastigen in der Rechtskurve drin? Stehst du beim Topmodelcasting und hast heute noch nicht gespieben? Dann war es gescheit, wenn du verstehst, es ist wohl Zeit, dass du gehst. Manche sind zur falschen Zeit, nur am falschen Ort. Die dann anderen leid, weil es bleibt nicht ein Sport, dass man irgendwann einfahrt. Liegst du im Bett und bist schon notgeil, doch sie will nicht aus dem Kladl. Stehst du ohne Netz am Hochseil und du kriegst einen Kampf im Wadl. Hängst in der Luft und die Hände werden langsam schwach. Liegst in der Gruft und plötzlich lässt die Follnarkosen nach. Dann ist es wohl ein Mut, der drum ist, dass du bist, wo du bist. Und es wär gescheit, wenn du verstehst, es ist wohl Zeit, dass du gehst. Und du kriegst nur mehr noch den Satz, du wärst da für einen Platz. Und du kriegst nur noch den Satz, du wärst da für einen Platz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.